Hallo zu diesem Übungsvideo über stochastische Prozesse oder Austauschprozesse. In diesem Fall geht es darum, dass man die zugrunde liegende Übergangsmatrix aus Verteilung und Folgeverteilung bestimmt. Übrigens zu diesem Video gibt es einen Arbeitsplatz zum Download und weitere relevante Lektions- und Übungsvideos findest du auch hier unter diesem Link. Worum geht es? Für einen stochastischen Prozess sind die Zustandsvektoren, also die Verteilungen V0, V1 und V2 gegeben. Jetzt sollen wir eine 2 kreuz 2 Übergangsmatrix M so bestimmen, sodass gilt M mal V0 ist gleich V1 und M mal V1 ist gleich V2. Mit anderen Worten, unsere Übergangsmatrix M angewandt auf eine Verteilung liefert dann die entsprechende Folgeverteilung. Und wir haben jetzt hier V0, V1 und V2 angegeben. Und wir fragen, welche Übergangsmatrix das schafft. Weil wir unsere Matrix M jetzt noch nicht kennen, nennen wir jetzt die einzelnen Elemente dieser 2 kreuz 2 Matrix A, B, C, D. Und auf der einen Seite muss ja diese Matrix angewandt auf die Startverteilung V0 mit 1,0 V1 liefern. Und V1 ist ja 0,1,0,9. Also hier steht M mal V0 liefert V1. Aber auf der anderen Seite liefert unsere Matrix, jetzt angewandt auf die Verteilung V1, die Verteilung V2 mit 0,55 und 0,45. Jetzt kennen wir also den Umverteilungseffekt unserer Matrix, brauchen aber halt noch unsere Matrix. Was wir jetzt machen können, ist, dass wir unsere Matrixvektorgleichung in ein lineares Gleichungssystem umschreiben. Und im nächsten Schritt würden wir dann versuchen, eben halt die Koeffizienten A, B, C und D zu ermitteln. Um jetzt hier raus ein lineares Gleichungssystem zu bilden, gehen wir vor, wie wir es bei der Matrizenmultiplikation gelernt haben. Ich blende hier oben nochmal das Video dazu ein. Das heißt, wir bilden sozusagen das Skalarprodukt dieses Zeilenvektors mit diesem Spaltenvektor, indem wir rechnen A mal 1, ich schreibe das jetzt mal hier als 1A, plus B mal 0, oder jetzt 0B, ist gleich 0,1. Und dann die zweite Zeile, C mal 1, also 1C, plus 0D, ist gleich 0,9. Und genau so gehen wir hier auf der rechten Seite vor. Da haben wir 0,1A plus 0,9B gleich 0,55. Und dann 0,1C plus 0,9D gleich 0,45. So, alle diese Bedingungen müssen hier gleichzeitig erfüllt sein für unsere Matrix. Und wenn wir uns jetzt diese Zeilen hier angucken, dann sehen wir, dass wir hier eine Zeile mit A und B haben und auf der rechten Seite ebenfalls. Und wir haben hier eine Zeile mit C und D und auf der rechten Seite ebenfalls. Was wir da doch machen können, ist, dass wir diese Zeilen umarrangieren können, sodass wir zwei getrennte LGS erhalten. Eins für A und B und eins für C und D. So, für die Dokumentation benenne ich die jetzt mal mit Römisch 1A, 2A und Römisch 1B und 2B. Und dann sehen wir doch hier zum Beispiel, dass in der Zeile Römisch 1A bzw. Römisch 1B die Variable B bzw. D wegfällt, wodurch wir ja sofort nach der anderen Variablen auflösen können. Also aus der Zeile Römisch 1A folgt, dass A gleich 0,1 ist und aus der Zeile Römisch 1B folgt, dass C 0,9 ist. Diese Ergebnisse können wir jetzt in die nächste Zeile einsetzen. Dann steht hier ja 0,1 mal A und A ist auch 0,1, also 0,1 mal 0,1 plus 0,9B gleich 0,55. Jetzt haben wir hier eine Gleichung, in der nur noch B vorkommt und dann sollen wir natürlich auch nach B auflösen können. 0,1 mal 0,1 ist 0,01, den Rest schreiben wir ab. Dann subtrahieren wir auf beiden Seiten 0,01 und erhalten dann 0,9B gleich 0,54 und um nach B aufzulösen, teilen wir durch 0,9 und 0,54 kann man durch 0,9 teilen, das liefert 0,6. Und so haben wir die Werte unserer Matrix-Elemente A und B. Genauso können wir hier auf der rechten Seite vorgehen. C gleich 0,9 hier einsetzen, zusammenfassen, dann deisolieren, indem wir auf beiden Seiten minus 0,09 rechnen. Dann steht dann 0,9D gleich 0,36. Dann teilen wir durch 0,9 und erhalten D gleich 0,4. Und so kennen wir alle Elemente unserer Matrix A, B, C, D und können dann den Antwortsatz formulieren. Die gesuchte Übergangsmatrix lautet M mit den Spaltenvektoren 0,1, 0,9 und 0,6, 0,4. So, ich hoffe, dir ist die Vorgehensweise klar geworden. Wie gesagt, hierzu gibt es einen Arbeitsplatz zum Download. Wenn du alle Videos suchst, zu denen es bereits Arbeitsplätze zum Download gibt, gib in die YouTube-Suche Hashtag M13-Skript ein und in den Videos findest du dann die Links zu den entsprechenden PDFs. Danke fürs Zuschauen. Abonniere meinen Kanal und klick auf die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Besuche auch meine Webseite, mathehoch13.de und Instagram und wenn du kannst, unterstütze meinen Kanal auf patreon.com, damit ich auch in Zukunft Videos produzieren kann. Fragen und Anregungen? Immer rein damit in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und vielleicht sind die Videos im Abspann auch was für dich. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.